Guten Tag, ich bin Peter Nollte. Wir sind Ihr Spezialist für Sanitär, Heizung und Solaranlagen seit 1996. Sie planen ein neues Badezimmer. Sie bekommen dieses von uns. Komplett. Alles aus einer Hand. Ein Ansprechpartner für alle Gewerke. Peter Nollte, Böttcher, guten Tag. Ja? Sie möchten ein neues Badezimmer? Ja, natürlich, gerne. Ja, dann kommt der Herr Nollte zu Ihnen ins Haus, schaut sich alles an. Ja? Nächste Woche Mittwoch? Um 10? Ja, gerne. Wir freuen uns. Dankeschön. Tschüss. Wenn die Badplanung im Detail feststeht, vereinbaren wir mit unseren Partnern wie Fliesenleger, Elektriker und Maler einen Termin. Im Anschluss der Planung bemustern Sie dann die Armaturen und Sanitärobjekte. Herr Nollte, was ist eigentlich mit dem Staub? Unser Hund, der hat eine Stauballergie. Das ist für uns gar kein Problem. Wir haben doch den DAS-Control. Da wird sich Ihr Hund freuen. Toll, super. Dann erhalten Sie Ihr komplettes Angebot inklusive aller Gewerke für Ihr schönes neues Badezimmer. Komplett. Alles aus einer Hand. Nach Auftragserteilung erstellen wir Ihnen einen Ablaufplan, an dem Sie erkennen können, in welchem Zeitfenster welche Arbeiten ausgeführt werden. Und dann entsteht Ihr neues schönes Badezimmer. Durch uns. Als kompetenter und gut organisierter Fachhandwerksbetrieb mit langjähriger Erfahrung. Vielen Dank, Herr Nollte. Es hat alles super geklappt. Wir haben ein richtig tolles neues Badezimmer. Und dem Hund, dem geht es auch gut. Das ist schön. Prima. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank.